aloha und willkommen hier bei soul beauty dem podcast für körper geist und seele von und mit mir christine raab halli hallo schön dass du heute wieder zuhörst letztes mal hatte ich ja schon so einen kleinen einstieg ins yoga gemacht beziehungsweise hatte schon so ein bisschen was über yoga erzählt was es ist was es für mich bedeutet und heute möchte ich euch ein bisschen was über den achtgliedrigen pfad des patanjali erzählen das hatte ich auch letztes mal schon angekündigt und zwar ist es so dass für viele ja yoga einfach dieses auf der matte rumtouren ist und ich hatte ja schon beim letzten mal erzählt dass es eigentlich noch viel mehr ist und patanjali war eben ja oder man weiß gar nicht genau ob es den so gab also der legende nach ist es quasi jemand der halb mensch halb schlange ist also halb schlangen person es gibt aber eben die yoga sutren nach patanjali das ist ein buch und da stehen ganz viele ich sag jetzt mal richtlinien drin wie man leben sollte oder wie empfohlen wird zu leben und zwar ist es ja so dass es im yoga eigentlich ganz oft darum geht den geist zur ruhe zu bringen also dass es nicht darum geht jetzt besonders tolle turnübungen zu machen und da irgendwie akrobatische kunststückchen vollbringen zu können sondern eigentlich geht es immer darum dass der geist zur ruhe gebracht wird und damit dann irgendwann eben diese diese erleuchtung erreicht wird und dass man eben sich vom ego lösen kann und nicht mehr so ego behaftet ist genau und da schlägt er eben verschiedene dinge vor die man tun sollte oder die man eben tun kann die das erleichtern auf diesen weg zu kommen zur erleuchtung nachher denn im alltag hat man ja auch ganz ganz viele dinge die einen immer wieder davon abhalten sich entsprechend ich sag jetzt mal gut zu verhalten also ja das einfach immer dinge passieren die man im nachhinein vielleicht blöd findet oder was man eigentlich auch gar nicht möchte aber man trotzdem wieder in diese falle rein tappt also vielleicht kennst du das ja auch dass du dir eigentlich vornimmst irgendwas zu machen und dann das doch nicht schaffst und dann dich wieder über dich selber ärgerst und so und in dem fall ist es eben so dass durch diesen acht niedrigen pfad eben verschiedene sachen ja einfach vorgeschlagen werden was man tun sollte oder was empfohlen wird und ich finde es eigentlich ziemlich cool weil es ist ja schon alles ziemlich alt also es gibt ja dieses diese gut drin schon sehr sehr lange und dafür dass es alles so alt ist es trotzdem immer noch ziemlich aktuell ich finde es auch ja einfach ziemlich cool weil man es im grunde auch ganz ganz einfach im alltag umsetzen kann und zwar sind diese verschiedenen acht punkte ich sag's euch einfach erst mal und dann gebe ich euch immer eine kleine erläuterung dazu sind zum einen die jama und niyamas dann geht es um den umgang mit anderen und um den umgang mit sich selbst und das hat auch noch mal jeweils fünf punkte die ich euch aber jetzt heute noch nicht so erörtern werde weil sonst einfach die podcast folge auch viel zu lange werden würde aber die werde ich euch demnächst noch mal ein bisschen genauer aufdröseln es gibt die jama dann gibt es die niyamas dann ist ein weiterer punkt auf diesem achtgliedrigen pfad die asanas das haben wahrscheinlich ganz viele schon mal gehört das sind dann die körperübungen also das was man eben meistens in der yogastunde in der yogapraxis dann auf der matte tatsächlich macht ein wichtiger teil ist auch prana jama und das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört das sind dann die atemübungen die auch zum teil in der yogapraxis in der yogastunde wenn ihr irgendwo im kurs seid auch zum teil mitgemacht werden das kommt dann immer so ein bisschen auf den kurs drauf an manche machen das mit und manche halt nicht ein punkt ist bratiya hara das ist dann das zurückziehen der sinne es gibt den nächsten punkt daran das ist die konzentration ist meditation und am ende steht eben samadhi das ist dann die erleuchtung wobei die vorherigen punkte jetzt nicht zwangsläufig in dieser reihenfolge umgesetzt werden müssen oder umgesetzt werden sollten also ist jetzt nicht eine treppe im sinne von dass das alles der reihe nach erledigt werden muss und dann macht man hier knitten dran und ok check habe ich jetzt sondern kommt das nächste sondern das sind eigentlich viele sachen die auch ein stück weit ineinander übergehen zwar hatte ich ja eben gesagt zuerst kommen die jammer das sind eben die verhaltensregeln im umgang mit anderen und dazu zählt zum beispiel gewaltlosigkeit wahrhaftigkeit nicht stehlen maß halten und nicht horten und wie gesagt so im einzelnen werde ich das dann in einer anderen folge noch mal ein bisschen erläutern weil es einfach sonst zu viel werden würde die niama sind die verhaltensregeln im umgang mit sich selbst und das finde ich eigentlich auch ziemlich cool da gehört nämlich zum beispiel dazu reinheit also sich rein zu halten zufriedenheit selbstdisziplin selbst studium oder selbstreflexion und auch das vertrauen in eine höhere kraft so alles dinge wie man mit sich selbst umgehen sollte dann waren ja eben die asanas die körperübungen also die ihr vielleicht auch aus der yogapraxis eben schon kennt und das ist ja was wenn man eben in so einem yogakurs ist und eben auch schon so ein paar asanas für sich kennt dann kann man die auf jeden fall ganz gut auch im alltag unterbringen und kann vielleicht sich überlegen dass man jeden tag ein oder zwei asanas für sich einfach macht und eine asana die einfach jeder eigentlich machen kann auch wenn ihr noch nicht in einem yogakurs wart und wo jetzt einfach ihr probieren könnt ohne dass dann was kaputt geht sage ich jetzt mal ist tadasana das ist die berghaltung dazu stellst du dich einfach hin und achtest mal drauf dass die füße ganz genau parallel nebeneinander stehen du versuchst die fußsohlen gleichmäßig zu belasten du kannst erstmal auf die ferse gehen dann auf die fußspitzen und dann auf die äußeren fußkanten und auf die inneren fußkanten und kannst dann mal versuchen die füße beide ganz gleichmäßig zu belasten und eben drauf schauen dass die füße auch genau nebeneinander stehen das schon erstmal ein bisschen schwierig ist weil man im alltag ja meistens ziemlich schief auch dasteht dann gibst du in deine beine eine spannung also dass die beine angespannt sind und kippst die hüfte nach vorne oder ziehst den bauchnabel ein bisschen zur wirbelsäule also so dass du nicht im hohlkreuz stehst sondern eben einen geraden rücken hast fühlt sich dann an als würden die knie ein bisschen gebeugt werden aber wirklich nur minimal dann richtest du auch den oberkörper nochmal ganz bewusst aus also kannst richtig den brustkorb ein bisschen heben das herz heben du kannst dir vielleicht vorstellen dass eine schnur an deinem kopf oben ist und die dich gerade zieht wie bei einer marionette so dass du eben ganz gerade stehst rollst du die schultern noch mal nach oben und nach hinten und dann stellst du dich ganz bewusst und ganz gerade hin und ganz aufrecht und dann lässt du ein ganz ganz kleines bisschen von der spannung los so dass du trotzdem noch gut stehst kannst du auch ganz gut die augen dabei schließen und vielleicht schon mal einen tiefen atemzug nehmen dich wirklich richtig erden und verwurzeln und das kannst du eigentlich wirklich jeden tag zwischendrin mal kurz machen und dich ganz bewusst wirklich verwurzeln und dir vielleicht auch selber sagen ich bin verwurzelt das ist eben eine von den ganz 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 zahlreich vielen asanas die es gibt und das aber eine die jeder total super gut zu hause machen kann auch wenn er noch nie vorher in einem yoga studio war ansonsten würde ich empfehlen auf jeden fall mal zum einstiegen yoga kurs zu belegen weil es eben schon auch ganz ganz viele asanas gibt und man da auch bei den ausrichtungen sachen beachten sollte und eben auch ein bisschen was ja sich sonst einfach verletzen kann deswegen würde ich empfehlen auf jeden fall erstmal in den kurs zu gehen und wenn du dann schon so ein bisschen yoga praxis gesammelt hast also hatha yoga also asanas geübt hast dann ist es auch kein problem ist zu hause zu machen oder vielleicht mit einer dvd oder youtube oder so der nächste punkt ist pranayama also die atemübungen das ist auch was was man ganz einfach im alltag anwenden kann und das kannst du also jederzeit eigentlich machen das jederzeit möglich indem du dich einfach ein bisschen auf deinen atem konzentrierst und da kannst du ganz einfach mal die augen schließen und dann ganz bewusst auf deine einatmung achten und auch versuchen richtig tief in den bauch einzuatmen und dann ganz langsam und vollständig ausatmen und lässt den atem zur nase raus fließen und dann atmest du noch mal ganz tief in den bauch ein ganz langsam durch die nase aus das wäre schon eine atemübung die du ganz ganz einfach jederzeit für dich im alltag machen kannst und gerade wenn du ein bisschen gestresst ist dann hilft es total ganz bewusst in den bauch ein und auszuatmen dann ist pratyahara eins von den punkten auf dem achtgliedrigen pfad und das ist die sinne zurückziehen damit ist gemeint die sinne zurückzuziehen das stellst du dir jetzt ein bisschen schwieriger wahrscheinlich vor als es ist oder naja sagen wir mal so ist auch wahrscheinlich nicht ganz so einfach aber da geht es eigentlich darum wirklich die ganzen sinne also das sehen das hören das schmecken dass man die einfach mal ganz zurückzieht und sich eben nicht so ablenken lässt von den ganzen reizen die im außen passieren kannst du auch einfach dich mal hinsetzen die augen schließen und wirklich ganz bewusst versuchen das was noch um dich herum ist auszublenden also nicht auf die geräusche hören die drumrum sind sondern du kannst auch wirklich die atemübung von eben dazu nutzen und ganz gezielt auf dich selber auf dein inneres auf deine eigene atem atmung achten versuchen die ganzen geräusche die im außen sind auszublenden oder auch gerüche wenn du irgendwas riechst irgendwas leckeres zu essen zum beispiel dass du dann wirklich trotzdem auf dich fokussiert und bei dir bleibst und ich nicht von diesen äußeren reizen ablenken lässt ich brauche aber ziemlich viel geduld und auch übungen um das eben besser zu schaffen also das ist jetzt nicht so dass man sich einfach kurz hinsetzt und das dann direkt klappt sondern meistens lässt man sich doch noch ziemlich ablenken aber übung macht den meister und deswegen kann man das ja auch zwischendrin ganz einfach mal üben indem man sich wirklich hinsetzt und kann es zum beispiel auch verbinden eben mit der atemübung von eben sich hinsetzen und sich auf den atmen fokussieren und versuchen alles was drumrum ist zu blenden der nächste punkt war darana das ist die konzentration und auch das ist was was auf jeden fall übung braucht das kannst du ganz gut üben indem du zum beispiel liest wenn du gerne liest also ich lese zum beispiel total gerne und wenn ich lese dann klappt das bei mir auch echt richtig gut dass ich mich total auf das buch konzentrieren und wenn ich jetzt zum beispiel im zug sitze und rumrum trotzdem geräusche sind und leute sich unterhalten dann kann ich mich trotzdem häufig so gut aufs buch konzentrieren dass ich alles drumrum auch ausblende und überhaupt nicht mitbekommen oder auch zu hause kann ich auch wirklich nebenbei wenn jemand nebenbei einen film anguckt und ich aber im gleichen raum sitze dann kann ich trotzdem mich aufs buch konzentrieren und mich da eben nicht so sehr ablenken wie du es aber auch ganz ganz gut üben kannst ist zum beispiel mit einer kerzenflamme also dass du dir eine kerze anzündest und vor dich stellst und dich wirklich ganz bewusst auf die kerzenflamme konzentrierst da du kannst ja auch zum beispiel musikstück an machen wo regelmäßig ein gong geschlagen wird oder so und du könntest dich dann ganz ganz gezielt auf den gong konzentrieren oder du könntest natürlich auch einfach bei der hausarbeit wenn du die spülmaschine ein und ausräumst oder kartoffeln schälst oder so dich ganz ganz genau darauf konzentrieren also im grunde alles wo du dich wirklich ganz bewusst auf diese eine sache konzentrierst und eigentlich ganz mit hingabe nur diese eine sache macht und nicht noch drei sachen nebenbei hier ist die meditation das ist ja auch was was wirklich ein bisschen übung braucht aber es gibt die ganz unterschiedlichsten meditationen also angefangen bei g meditation wo es wirklich darum geht im langsamen laufen sich ganz bewusst auf das laufen zu konzentrieren oder eben eine atem meditation wie das ja eben auch schon mal kurz hatten dass du dich ganz bewusst auf die atmung konzentrierst und wirklich gezielt nur auf die ein und die ausatmung achtest auch total die schöne sache ist eine dankbarkeit meditation das kannst du auch ganz ganz gut machen wenn du noch im bett liegst morgens oder abends dass du wirklich dich hinlegst und für dich überlegst vielleicht erstmal da holst mit ein paar atemzügen wirklich ganz bewusst auf deinen atem achtest dann dir überlegst wofür du dankbar bist wofür du an dem tag dankbar warst oder wofür du grundsätzlich dankbar sein kannst und es kann dann einfach schon sein dass du sagst ich bin dankbar dass ich heute morgen aufgewacht bin und jetzt gleich aufstehen kann und dass ich gesund bin und dass ich vielleicht tollen mann habe oder eine tolle frau oder tolle eltern tolle kinder einen tollen hund katze maus dankbar dass ich jetzt zur arbeit fahren kann und so weiter also was dir gerade einfällt und dann kommen da ganz ganz viele sachen zusammen und ja kannst du einfach für dich üben bei dir zu sein das kann man übrigens auch ganz gut aufschreiben sachen für die man dankbar ist dann vergisst man die nicht so leicht ja und dann wäre eben die letzte stufe oder die stufe die es eigentlich so ein bisschen gilt zu erreichen samadhi also die erleuchtung ich jetzt mal sagen kann man schlecht im alltag üben ist ja einfach dann ein sein zustand also das alles eins ist und das eben das überhaupt nicht mehr darum geht was ich will oder was ich mache oder was jemand anderes sondern das eigentlich nur darum geht dieses gefühl zu haben dass alles eins ist aber da ich das ja nicht hatte bis jetzt kann ich auch da nicht so ganz viel zu sagen aber das wäre eigentlich so worauf alle diese diese stufen hinauslaufen also das eigentlich sozusagen das worum es dann am ende geht nicht um ich selbst als einzelne person geht sondern eben um das große ganze und ich finde halt eben diese ganzen punkte die sind dafür dass die ebenso alt auch sind trotzdem nach wie vor total aktuell und gelten immer noch und gerade die ganzen achtsamkeitsübungen meditationen und total deren gerade also macht irgendwie auch jeder und es ist aber auch wirklich was ich dann absolut empfehlen kann und ich merke das auch wenn ich in meinem in meinem yoga kurs bin also eben selbst zum hingehen da teilnehme dass das halt einfach immer das beste ist wenn dann der ganze kopf dazu ruhe kommt und eben nicht dauernd gedanken hat wie was koche ich nachher oder was muss ich noch machen sondern wenn man da einfach wirklich bei sich ist und überhaupt nicht so viel denkt sondern dieses eben der geist einfach zur ruhe kommt und deswegen ich euch das echt absolut empfehlen selbst mal eine yoga stunde zu gehen und da einfach auch verschiedene teile aus diesem achtgliedrigen pfad direkt schon bei zu haben also wie gesagt gerade die asanas und auch pranayama wird eigentlich ganz ganz häufig praktiziert und manchmal eben auch wirklich dass auf was konzentriert wird also auf eine kerzenflamme zum beispiel oder auf einen gong das lässt sich eben alles ganz gute auch in der praxis umsetzen und das kann ich euch wirklich sehr empfehlen das mal auszuprobieren das wollte ich euch heute erzählen von diesen verschiedenen sachen die es gibt und wie gesagt die yamas und die niyamas also die verhaltensregeln im umgang mit anderen und auch im umgang mit mir selbst die werde ich euch in der anderen folge noch mal separat ein bisschen erläutern weil das dann wirklich sonst zu umfangreich wäre und kann ich auch gerne einfach mal eine meditation einsprechen oder auch eine atemübung also wäre eben total schön wenn ihr alle mal bei mir meldet und sagt was ihr gerne möchte oder vielleicht auch schon eine bewertung bei itunes mir gibt da würde ich mich auf jeden fall total drüber freuen und ja dann vielen dank noch mal fürs zuhören und ich wünsche dir noch einen wunder wunder wunderschönen tag bis zum nächsten mal vielen dank dass du heute dabei warst und mir deine zeit geschenkt hast wenn dir die folge gefallen hat dann würde ich mich total freuen wenn du es auch mit deinen freunden teils oder mir eine positive bewertung gibst lass es dir gut gehen genießt jeden tag jeden moment und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal.